Das hab ich noch mal auf Agenda. Das ist jetzt der Los Vegas, okay. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Okay, wir sind bei 92.000, mal mehr, mal weniger. Aber wenn man auch, was das betrifft, nicht mehr weiter expandiert. Wir sind bei 11%. 13% hab ich nicht, sonst sind wir bei 13% gehabt. Was nehmen wir denn hier gerade ein? Okay, da ist noch nichts reingekommen. Aber ausgaben. 3% ungefähr kommen aus dem Nahverkehr. Unsere Ausgaben sind aber höher. Das ist natürlich praktisch. Das ist ja praktisch. Praktisch blöd. Okay, welche Einnahmen können wir hier noch gar nicht wirklich kalkulieren, da die Schiffe gerade erst ankommen. Und da wäre gerade eher Sachen bekommen, als wegbekommen. Das kommt man nämlich glaube ich gerade nur Frachtstoffe an. Das ist nicht mal voll beladen. Kann das sein, dass das jetzt da ist, das ist 4% beladen. Kann das sein? Das heißt, da müssten wir dann ja, was das betrifft, das ist einfach despawn. Wenn die despawn, dann nehmen sie nichts mit. Scheinbar. Der Wahnsinn, ich glaube ich hab noch gar nicht wirklich hier mit Dings bisher gearbeitet gehabt. Mit den Frachtschiffen. Mit den Frachtschiffen. Was sagt der denn? Ist der mal hier am Machen und Tun? Ne, ist er noch nicht. Okay. Ist aber noch lange nicht voll. Da müssen auch echt lange laufen lassen, das Spiel. So, Fluss wird lange noch gar nicht ans ÖPNV angeschlossen. Ähm, dat ist ungünstig. Keine Frage. Äh. Äh, was sagt denn überhaupt die Metro? Die Metro. Die Metro endet hier. Oh, da können wir vielleicht noch einen kleinen Loop einbauen. So blöd, das ist dann jetzt ja da drinnen. Im Gebäude selber. Die Kopie. Die dimensions der Commander sind nicht so weit, der liegen stehen. zur otras. Huch. Das hat man nicht gewollt. Das war gewollt. So, dann einmal von hier. Dort, dann machen wir hier die Kurve. Und hier und dann machen wir hier vorne nochmal. Na komm. Die Inhaltsschelle. Das macht hier einen ordentlichen Bogen. Jetzt hier hin, dorthin. Okay, da kann ich im Prinzip sogar noch in der Mitte was dazu, aber von der Range her. Linie abschließen. Jetzt haben wir da zwei, das sollte reichen. Dann, glaube ich. Das wäre da zwei. Haben wir mehr? Nein, ich will nicht so viele. Das verlief ja super. Fünf. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich hoffe nicht, das ist nicht fertig. Ja. 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 Danke, da bin ich schon dran. Ja. 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 Ja, ja. 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 Das ist irgendwie... Ja, das wollte ich natürlich nicht. Da kann wahrscheinlich noch ein weiteres Fahrzeug wegkommen. Äh, Linie. Das müsste jetzt Linie... Boah, wir haben... Linie 4 sein, kann das sein? Ja. Da liegen ja 3 sogar. Äh... Da sind 180, 180 drin. Oha. Das wird gut besucht. Oha, da hat man gewusst, was ja gesagt. Und das jetzt schon. Wir haben 2 voll. Die ist auch fast voll, die wird auch voll. Dann brauchen wir noch 3 weitere dazu. 1, 2, 3. Mindestens. Das ist aber auch starker nutzt hier. Das ist aber auch starker nutzt hier. Hä? Das ist vermutlich sogar noch zu wenig. So viele Leute wieder... Das ist halt die Frage, ne? Das können natürlich auch die Busser... Ach, die Busser spinnen. Äh... Stop 7. Aber das können natürlich auch die Linien sein, die halt hier in dem Olivenviertel sind. Ne? Das ist halt da Leute mal einsteigen, weil da gerade eine Linie kommt oder so. Ja gut, die fühlen sich ja richtig flott. Und dann weiter steigen sie auch so gut wie keine Sau aus, habe ich das Gefühl. Oder sieht man das einfach nicht? Ja. Dann schlagen wir mich aus und wieder ein. Das Problem ist, die Dinger werden ja schon hier vorne so unfassbar full. Okay, da haben sie ja jetzt geleert. Oh, nicht geleert. Aber die... Also hier... Die sind halt immer schon so instant full, dass man halt auch... Ist halt schon krass. Wir haben 8 Haltestellen. Wollte schon fast sagen, maximal 8 Fahrzeuge. Ersparte Autofahrten 88 Prozent. Das ist, äh... Glaube ich gut. 301 Einwohner. Holy moly. 93 Prozent. Und... Das ist, äh... Das ist, äh... Das ist sehr gut. Jetzt ist es... Da passen hier. Okay, ich kann 50 aber gleich noch wegkommen. Das ist ja schon mal gut, dass da 50 nochmal wegkommen. Ich habe das Gefühl, das ist immer halt immer noch zu wenig. Ich will aber auch nicht irgendwie hier die Kapazität erhöhen. Oder Erhöhung erheben. Aber... Oder wir holen uns andere noch dazu. Ein paar neue Assets. Das ist auch full. Da passen jetzt auch nochmal ordentlich Leute rein. Ich schätze mal, das erholt sich jetzt gleich so langsam mal... Oh, wird es langsam so ein bisschen erholen. 388 Passagiere. 98 Prozent. Ja, gut. Kann man das als vollen Erfolg bezeichnen? Boah, jetzt wird es als voller Erfolg, wenn er 100 Prozent steht. Sehr gut. Sehr gut. Das heißt, wir können uns jetzt hier um diese kümmern. Und... Ja, belassen wir es mal dabei. Einfach mal. Also... Wahrscheinlich brauchen wir gar nicht so viele. Können ja einfach mal gucken, was die anderen Liegenden jetzt machen. Äh... 1A bei 97 Prozent. 1A bei 97 Prozent. 1A bei 99 Prozent. 1B. Das warten ja auch so viele. Uff... In 17 Jahren schon 100% entsparte Autodings da, holy. Also für mich stellt sich die Frage, muss man sich anhand der wöchentlichen Paragiere hantieren oder hier ran? Wir haben eine Kapazität von ungefähr 1100, vielleicht auch ein bisschen drunter. So betrachtet würde das demnach passen, hiernach auch, eng aber auch. Allerdings ist es ein Zielabstand von 23. 23. Das ist halt die Frage, ne? 99% auch nicht schlecht. Was sagt, ups, was sagt 2A? 90%. Ich glaube, es wird jetzt gleich leer oder nicht. Also hier bräuchten wir vielleicht auch noch mal eine, weil das schon eng ist. Wir haben Platz für 360, da würde ich schon noch mal ein Fahrzeug hinzufügen wollen. Da ist ein paar ausgestiegen, das ist schon mal gut, aber da steigen jetzt auch wieder recht viele ein. Es macht auf alle Fälle, glaube ich, wenig Sinn, das nach Haltestellen zu bemessen. Quasi ein Fazit pro Haltestelle. Mit der Abstandskontrolle würde es wahrscheinlich schon einen suggeränen Sinn machen. Allerdings ist halt die Frage, macht es Sinn, dass halt jederzeit in jedem Bahnding halt, vor allem es macht halt keinen Sinn, wenn wir mehrere, wenn wir teilweise U-Bahn-Stationen mehrfach nutzen? Ähm. Ein paar dazu gestiegen. Ich merke dann eine ordentliche Death Wave. Ich merke dann eine ordentliche Death Wave. Okay. Ich habe jetzt ordentlich welche zu- und ausgestiegen, okay. Ich sehe immer, dass wir dann auch bei langsam zurückgehen, so ein bisschen. Okay, 85%. Was haben wir jetzt eigentlich bei einem 2B, glaube ich, ne? Ja, 2A. Ich muss mal 2B an. Ja, da passt das einigermaßen. Beide würde ich auch nochmal, weil es auch schon knapp ist mit 20, noch ein weiteres Fahrzeug hinzufügen wollen. Was auch direkt full ist. 100%, nice. Und die neue Linie ist mittlerweile, uh, auch gar nicht so schlecht. Ähm. Ja. Lass mal einen hinspringen. 94%, nicht schlecht. 7 Fahrzeuge ist, glaube ich, jetzt noch ein bisschen too much. Wir haben 660, sagen wir mal 700 Einwohner, 200, ja 5 würden, glaube ich, auch reichen. Ungefähr nochmal 2. Marachin. So, bis dann mal! Wade Jun Aviieren. Ciao! defending das valuable & enemy ist es zur French 바�anche.